Hallo meine Lieben, ich bin euer Thomas aka SparkoJota. Heute ein spezielles Video. Wir öffnen diese Pokémon Box zu Weihnachten im Prinzip oder während der Weihnachtszeit. Spaß beiseite, das machen wir natürlich nicht auf diesem Kanal. Wir schauen uns heute die Asset Allocation in meinem Investmentportfolio an. Ich möchte da einige Worte dazu verlieren, weil ich in Vergangenheit und vor allem in letzter Zeit auch viele Fragen von besonders Anfängern erhalten habe. Wieso und weshalb ich wieviel von meinen Investments in welche Asset-Klasse, ob das Aktien, ETFs, Kryptos sind und so weiter reinstecke. Das möchte ich heute beantworten und in diesem Video erklären. Das heißt, es wird eine spannende Sache. Ich habe nachher auch gleich Portfolio Performance ready. Ich würde mich aber auf jeden Fall freuen, wenn ihr diesen Kanal abonniert und die Glocke betätigt, um in Zukunft keine Videos mehr zu verpassen oder auch die täglichen Livestreams, die um 18 Uhr stattfinden mit super spannenden Gästen im gesamten Dezember. Legen wir also direkt los mit Portfolio Performance. Ich habe es hier ready. Das ist meine aktuelle Asset Allocation von knapp 300.000 Schweizer Franken. Das heißt, wir sehen ganz klar, der größte Posten hier im Kapitalinvestment oder im Investmentportfolio sind tatsächlich Einzelaktien und das sind aktuell 67% mit fast 200.000. Um genau zu sein, sind es 197.000 Schweizer Franken, welche ich in Einzelaktien investiert habe. Dann haben wir aber auch noch ETFs als Anteil, was knapp 40.000 Schweizer Franken sind. Das sind 13,55%. Hier ist natürlich der Vanguard Fuzial World, den ihr kennt. Den bespare ich monatlich als einzigen ETF und die Säule 3a von Viag und auch Frankly. Da ist ebenfalls das gesamte Geld oder ein Großteil des Geldes alles in ETFs investiert. Und dann haben wir einen kleineren Teil Kryptowährung, 2,5% vom Investmentportfolio, was mittlerweile eigentlich nur noch Bitcoin ist. Dann haben wir Rohstoffe, Gold, das sind 5,5%. P2P-Kredite mit 8,5% und Festgeld ist dann sozusagen meine Mietkaution oder allenfalls noch die Cashposition, die ich habe, aber die mittlerweile oder zumindest noch dieses Jahr relativ leer sind, weil ich bereits schon alle Käufe getätigt habe. Jetzt kommen wir so ein bisschen zum Punkt, wieso, weshalb, warum habe ich das so aufgeteilt? Ich möchte zuerst vielleicht auch nochmal was zu den Beständen sagen. Wir können hier zum Beispiel das Casino-Portfolio anschauen. Das sieht so aus. Wir können aber auch das Gesamtportfolio anschauen. Ihr seht, wenn wir uns mal so auf die erste Hälfte fokussieren, wo es etwas konzentrierter zu und her geht, sehen wir, Vanguard Fuzial World ist tatsächlich die größte Position. Dann haben wir die 3A-Säule. Dann haben wir Gold, Apple, Swiss Re, Gladstone Commercial, Alphabet, Flughafen Zürich, Nvidia, P2P, Bondora, also Go & Grow in diesem Fall und Nestle und noch AMD. Hier haben wir dann ganz viele kleine Positionen, nochmal sehr viel oder sehr diversifizierte in verschiedenen Branchenbereichen und halt auch Investments und andere eben auch Bitcoin 0,44 Stück. Wenn wir nochmal zurückkommen, wieso habe ich so einen großen Teil in Einzelaktien investiert und zum Beispiel nicht Einzelaktien wie ETFs gewichtet und so viele ETFs? Da gehe ich doch automatisch ein höheres Risiko ein, weil Stockpicking in der Regel ist sehr schwer, es den Markt auch zu performen. Zum einen, und das muss man auch sehr wichtig verstehen, ich gebe mich nicht der Illusion, dass ich den Markt über Jahrzehnte und Dekaden hinweg krass outperformen werde. Das glaube ich wahrscheinlich nicht. Im Idealfall bin ich ungefähr so gut wie der Markt und jetzt kann mir natürlich jemand sagen, okay, hey, wieso machst du dir die ganze Mühe, wieso investierst du nicht einfach in ETFs, in den Vanguard Fuzial World oder machst du einen 70-30 Split mit Emerging Markets noch? Legt einfach grundsätzlich daran, dass erst einmal das Thema Finanzen mir sehr viel Spaß bereitet. Darum habe ich auch diesen YouTube-Kanal und Blog. Ja, ich habe aus einem Hobby, habe ich einen Beruf gemacht, in Themen Sinn, wenn man das so sagen kann. Und ich glaube, es wäre auch sehr langweilig, wenn ich einfach jeden Monat ein Depot-Update zu meinen ETFs machen würde, wenn ich ausschließlich in ETFs investieren würde. Nicht nur für euch wäre es langweilig, sondern auch für mich persönlich. Das heißt, ich habe da auch grundsätzlich auch Spaß dran, mich mit Unternehmen auseinanderzusetzen. Ob das jetzt eine Activision Blizzard, eine Alphabet, eine Starbucks, eine Nvidia, Omega Healthcare, alles mögliche, Berkshire Hathaway. Das macht mir einfach grundsätzlich Spaß, mich mit diesen Unternehmen zu beschäftigen. Oder auch eine Apple, ja. Das heißt, das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr wichtiger Punkt für mich. Denn, und das ist so ein Sprichwort, das versuche ich in praktisch allen Aspekten in meinem Leben umzusetzen. Der Weg ist das Ziel und nicht eben das Ziel. Weil das Ziel ist lediglich eine kurze Momentaufnahme und der Weg dahin ist unter Umständen mehrere Dekaden. Beim Vermögensaufbau, selbst wenn ich ein oder zwei Prozent im Durchschnitt pro Jahr weniger mache, über 40 Jahre hinweg, klar, das sind riesige Summen an Geld, die da eigentlich so gesehen verloren gehen, weil ich halt schlechte Stockpicks vielleicht, ja, also vorausgesetzt, ich schlage den Markt nicht, also schlechte Stockpicks, die ich vielleicht mache. Aber, und das ist so ein bisschen der Punkt, am Ende des Tages, nach diesen 40 Jahren oder nach diesen 30 Jahren, ist das Vermögen trotzdem schon so hoch, dass es völlig irrelevant ist, ob du jetzt die Marktgrenite von, ich sage jetzt mal, 7, 8 Prozent oder 9 Prozent sogar hattest. Oder halt eben 1, 2 Prozent weniger. Du hast halt trotzdem noch Unsummen an Geld und Vermögen über diese 30 bis 40 Jahre angehäuft. Und dann ist halt die Frage, hattest du während diesen 30 bis 40 Jahren auch Spaß beim Vermögen anhäufen? Oder war es halt einfach etwas, das dir leidig gewesen ist? Du hast es langweilig gefunden, es hat dich vielleicht genervt, was auch immer. Und das ist halt ein sehr wichtiger Punkt, denke ich, den ich zumindest extrem oder mir extrem wichtig ist. Zum anderen gibt es aber auch Punkte, wie zum Beispiel, wenn es mal ordentlich crashen, damit meine ich jetzt nicht diesen Crash im März, April, sondern so richtig ordentlich rappert, zappert und das über mehrere Monate, vielleicht auch ein ganzes Jahr oder eineinhalb Jahre hinweg, dass wir da eine Abwärtsbewegung haben, die 12 bis 18 Monate lang dauert, ohne irgendeine Recovery nach ein, zwei Monaten oder so. Da muss ich ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, wie ich reagieren würde, wenn ich alles in ETFs investiert hätte, weil ich da einfach keinen Bezug dazu habe. Allerdings, wenn ich mich mit Unternehmen beschäftige, verstehe, was deren Businessmodell ist, wie sie ihr Geld verdienen und was da auch für Zukunftspotenzialien da sind, dann in einem Crash bin ich wahrscheinlich mit hoher Wahrscheinlichkeit viel weniger gewillt, dann aus Panik zu verkaufen. Das heißt, es ist auch noch so ein Psychologie-Game, wo ich weiß, wo meine persönlichen Schwächen allenfalls sind und ich sozusagen mit dieser Strategie oder mit dieser Vorgehensweise auch bestimmte Schwächen von mir komplett aushebele oder zumindest extrem, extrem so auslege, dass ich diesen Schwächen vielleicht auch nicht nachgebe. Das ist ein sehr, sehr, sehr wichtiger Punkt, denn schlussendlich, wo die großen Verluste gemacht werden, ist, man kauft teuer und verkauft günstig. Und die, die dann günstig einkaufen und teuer verkaufen und einfach langfristig halten, das ist dann der Vermögenstransfer. Weil man muss verstehen, grundsätzlich in der Regel wird Vermögen nicht zerstört. Klar, hat man Krieg, hat man jenes, hat man dieses, klar, dann wird Vermögen zerstört, aber grundsätzlich wird Vermögen nicht, also nicht zerstört, sondern es wird transferiert auf eine bestimmte Art und Weise, die sich halt verschieden widerspiegeln kann. Das beste Beispiel, jemand kauft eine Aktie für 100 und verkauft sie dann im tief für 10, hat 90 Franken Verlust zum Beispiel gemacht. Die andere Person, die dann diese Aktie für 10 kauft, nach 5, 6, 7 oder 10 Jahren Recovery steht die Aktie wieder bei 150 und hier hat der Vermögenstransfer aktuell gerade stattgefunden und zwar, dass die eine Person Verluste gemacht hat und die andere in dem Sinn Gewinn gemacht hat, in Anführungsstrichen. Aber der Vermögenswert ist transferiert worden für einen sehr, sehr viel günstigeren Preis und der eine hat dabei sogar noch einen schlechten Deal gemacht und der andere hat einen sehr guten Deal gemacht und das meine ich mit Vermögenstransfer. Also hier muss man auch extrem aufpassen und sich selber auch kennen oder versuchen gut zu kennen, um zu antizipieren, wie man vielleicht reagiert, wenn gewisse Dinge eintreten. Das ist wie wenn ich jetzt zum Beispiel diese Box aufmachen würde, dann antizipiere ich von mir schon, dann weiß ich, dass sobald ich alles geöffnet habe, während dem Öffnen alles super geil ist, aber sobald, nachdem ich das alles offen habe, den ganzen Abfall am Start habe, ich dann so ein Gefühl habe, so wieso habe ich jetzt das geöffnet, dann bereue ich es so richtig. Ich kann antizipieren und weiß, dass ich diese Emotionen verspüren werde, sobald ich das komplett geöffnet habe, ja dieses Set. Und das ist übrigens ein super cooles Set, für wen es interessiert, gibt es in meinem Online-Shop aktuell, aber ja, Spaß am Rande. Kommen wir zurück zur Asset Allocation. ETFs grundsätzlich, also vielleicht auch noch so ein bisschen Hintergrundgedanken, wieso, weshalb, warum oder wieso ich diese Aufteilung habe, wie ich sie habe. Ich sehe zum Beispiel insgesamt mein Investmentportfolio schon mal grundsätzlich als Teil meiner Rente oder Großteil meiner Rente an. Ja, das ist, ich setze nicht auf irgendwelche gesetzlichen Renten, nicht auf die erste Säule, nicht auf die zweite Säule, nicht auf die, doch schon auf die dritte Säule, aber einfach insgesamt auf die dritte Säule. Und das ist halt eben alles das. Und das ist mein gesamtes Investmentportfolio, was aktuell 300.000 Schweizer Franken knapp wert ist. Das ist meine Rente in meinen Augen, meine Hauptrente. Auf das zähle ich sozusagen, aber auf alle anderen Sachen nicht. Und da habe ich natürlich den Großteil in Aktien, wo man jetzt sagen kann, okay, das ist vielleicht jetzt mehr Risiko als jetzt ein ETF, ein Vanguard, Social World oder die 3A-Säule, die diversifiziert über viele ETFs investiert ist. Darum habe ich halt eben auch ETFs nochmal so zur Absicherung. Und dieser Anteil wird über die nächsten Jahre auf jeden Fall weiterhin wachsen. Ich gehe davon aus, dass insgesamt vom Investmentportfolio ich da mittel- bis längerfristig auf jeden Fall so 20% in ETFs drin haben möchte. Das heißt, ich habe da jetzt noch 6,5% gehen oben, Luft nach oben. Und das ist dann so wirklich die eiserne, eiserne Reserve. Neben dieser eisernen, eisernen Reserve haben wir dann auch noch die Gold Reserve. Das sind auch nochmal knapp 5% im Investmentportfolio, etwas mehr sogar. Das ist dann natürlich ebenfalls so der eiserne Notgroschen, wenn man das so sagen kann. Wenn man den Notgroschen hat, ist Gold nochmal der Notgroschen vom Notgroschen. So sehe ich das zumindest. Und dann haben wir natürlich noch den Hoch-Hoch-Risiko-Anteil mit P2P-Krediten in meinen Augen und Kryptowährungen. Das ergibt dann ungefähr 10% vom gesamten Aktienportfolio, Investmentportfolio, Entschuldigung. Heißt, ich habe da auch ein Risiko oder ich sage jetzt mal ein großes Chancenverhältnis, insbesondere durch zum Beispiel jetzt Bitcoin hauptsächlich. Ich habe aktuell eben 0,44 Bitcoin. Der Plan ist tatsächlich länger oder mittel- bis längerfristig auch mal einen ganzen Bitcoin zu besitzen. Und dann werde ich weiterschauen, wie ich das weiterhand habe. Aber insgesamt, aufs gesamte Nettovermögen gesehen, möchte ich zum Beispiel nicht mehr als eigentlich 1% von meinem Nettovermögen im Bitcoin haben. Heißt, wenn ich einen Bitcoin habe und der dann vielleicht auch irgendwie, ich sage jetzt mal 100 oder 200.000 wert ist, dann müsste ich eigentlich schon 2 Millionen Nettovermögen haben. Mal schauen, ob ich das dann so hinkriege. Vielleicht wird es dann auch 1,5% vom Nettovermögen sein. Aber es soll in dem Rahmen bleiben, dass es halt einfach auch nicht wehtut. Ja. Und wenn wir das aber eben auf das Gesamtvermögen anschauen, ist dieses Investmentportfolio eigentlich ein kleiner Teil. Ja. Also das ganze Investmentportfolio gerechnet aufs Gesamtvermögen ist vielleicht, wenn es hochkommt, so 35% ungefähr. Ja. Also so etwas mehr als ein Drittel vom Gesamtvermögen ist dieses Investmentportfolio. Heißt zum Beispiel auch, der Aktien- und ETF-Anteil ist unter 30%. Und das ist mir natürlich auch wichtig. Und jetzt fragen sich die Leute, hey Thomas, was machst du denn sonst noch mit deinem Geld? Du könntest doch noch so viel Geld, du hast doch auch so viel Cash beiseite. Du könntest da noch so viel da investieren. Das sind verschiedene Sachen erst einmal. Ja. Ich habe erstens mal hohe Cashquoten, um allenfalls auch Unternehmen zu gründen. Fürs nächstes Jahr ist ein AG gegründet. Da braucht man 100.000 Stammkapital, also Anteilskapital für die Aktien. GmbH, auf jeden Fall eine ist auch nochmal geplant, eine neue GmbH. Das braucht auch wieder Stammkapital. Projekte allenfalls, Investments im Business selber. Und ein Großteil ist natürlich dann auch im Warenlager investiert. Ja. Und in diesen Pokémon-Karten, Yu-Gi-Oh! Karten, was ihr euch da nicht alles vorstellen könnt. Ja. Arbeitsgeräte, in diesen iMac, wo ich jetzt hier gerade das Portfolio Performance laufen habe, auf diese Kamera, auf das iPad, auf dieses iPhone. Ja. Das sind natürlich auch alles so gesehen Investments, die auch Kapital brauchen oder zumindest einmal einen Aufwand gebraucht wird, um sich das überhaupt zu erwerben, akquirieren, um damit arbeiten zu können. Ja. Das heißt, wenn wir das uns insgesamt einfach anschauen, wird langsam auch verständlich, wieso ich nicht so viel tatsächlich in mein Aktienportfolio oder in mein Investmentportfolio als Gesamtes investiere, weil ich das mehr als Rente sehe, als Altersvorsorge sehe und ich mit meinem anderen Geld, mit den anderen, ich sage jetzt mal zwei Drittel, ja, ich aktiv damit arbeiten möchte, in meinen Unternehmungen, in meinen Business Assessorien, ja, in meinen Unternehmungen, wo ich da halt auch eine viel, viel höhere Rendite erwirtschafte und auch aktives Einkommen erzeuge, das im mittleren fünf- bis teilweise niedrigen sechsstelligen Bereich pro Monat ist, ja. Das heißt, das ist einfach so ein bisschen meine Worte zur Asset Allocation im Investmentportfolio. Ihr seht so ein bisschen, wieso, weshalb, warum ich jetzt diese Aufstellung gemacht habe, was mir besonders wichtig ist, wie viel das im Verhältnis zu meinem Nettovermögen auch ist und wenn euch solche transparenten Videos gefallen, würde ich mich natürlich super freuen, wenn ihr den Daumen nach oben da lasst, das hilft natürlich diesem Kanal enorm, denn dann sehen dieses Video auch viel, viel mehr Leute. Ihr könnt auch gerne einen Kommentar darunter da lassen, wie ihr das mit eurer Asset Allocation im Investmentportfolio in eurem Nettovermögen handhabt. Würde mich extrem interessieren. Am besten auch begründen, wieso, weshalb, warum, so wie ich das in diesem Video gemacht habe. Würde mich auf jeden Fall sehr interessieren, weil da jeder seine eigene persönliche Situation hat und es da nicht eine allgemeingültige Regel gibt. Also das, was ich mache, ist nicht richtig, sondern einfach für meine Situation empfinde ich das aktuell für richtig. Aber mit der Zeit ändert sich das dann auch vielleicht, wenn ich mal vielleicht Kinder habe oder andere Sachen vielleicht wichtiger werden. Darum an dieser Stelle, das kann sich dann natürlich verformen, verändern und anpassen über die Jahre hinweg. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen. Wenn ihr Bock habt, auch mal einfach miteinander zu diskutieren, dann kommt gerne in den Finanzrudel Discord. Ich würde mich super freuen, da sind wir tausend Leute. Einfach finanzrudel.ca slash Discord. Jetzt einfach unten in der Videobeschreibung den Link abchecken und da joinen. Ich würde mich riesig, riesig freuen, euch mal da auch zu sehen oder einfach mal ein paar Chats zu lesen, untereinander zu chatten. Da gibt es zu allen möglichen Themen, auch Aktienkäufe, ETF-Käufe, alles mögliche, Portfolio-Performance-Fragen. Könnt ihr einfach dort reinhauen. Würde ich mich freuen, wenn ihr da vorbeischaut. Und ansonsten wünsche ich euch insgesamt einfach frohe Festtage im ganzen Dezember. Super coole Sache. Weihnachtsbaum ist ja auch schon ready. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin. Tschö Leute.